Hi, ich bin Mel, 27 Jahre alt und werde jetzt den Sonntag für die Nosy Roses machen. Und stelle mich jetzt ein bisschen vor. Ich liebe Tee, besonders grünen und schwarzen Tee, davon am meisten die Sorten Zenscha und Asam-Tee. Und es sollte möglichst rasig und rauhübsch schmecken. Hier habe ich marokkanischen Minztee, der ist mir eigentlich ein bisschen zu süß. Und ganz besonders liebe ich es, wenn mir meine süße Freundin Tee macht. Meine Freundin und ich sind seit über zwei Jahren fest zusammen und wir haben auch vor, dass das noch eine Weile so bleibt. Jahre, vielleicht das ganze Leben. Deswegen haben wir uns kürzlich verlobt und werden das am kommenden Wochenende ganz groß mit unseren Familien feiern. So, dass sich alle kennenlernen und wir vielleicht auch ein paar Videoaufnahmen machen können von allen Familienmitgliedern. Und ganz, ganz viele Fotos und werden ganz, ganz lecker essen gehen und tolle Kleider tragen. Ja, das wird richtig schön. Sie ist toll. Wir haben auch eine angenehm große Schnittmengen an gemeinsamen Aktivitäten, Fables für bestimmte Sachen, Hobbys. Eine davon ist, Serien zu schauen und zwar sehr intensiv. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass wir mal ein ganzes Wochenende lang nichts tun, außer schlafen, essen und Serien gucken. Wir lesen auch furchtbar gerne Geschichten und lesen uns manchmal auch ganze Bücher einander vor. Und wir sind beide nerdy genug, um Spaß an Computerspielen zu haben und an Rollenspielen. Äh, nein, nicht im, vielleicht, also vielleicht auch, aber das war eigentlich eher auf Fantasy-Rollenspiele bezogen. Mit Würfeln und Landskarten und Heldendokumenten. Während sie Meisterin des geschriebenen Wortes ist, halte ich mich viel lieber an Bleistift und Zeichenblöcke. Und bin seit ungefähr anderthalb Jahren auch als Illustratorin tätig für einen deutschen Spielverlag. Außerdem habe ich ein ganz großes Fable für Glamour und Kitsch. Und mir gehört nun das Wort zum Sonntag. Amen.